Boa Milton. Sarah, es geht mir richtig hart auf die Eier. Was ist denn los? Der Affe schickt mich durch die ganze Welt, damit ich ihm irgendeinen nur zu hohen Scheiß besorge. Nur damit er ihn dann fressen kann. Vielleicht stärkt er damit seine magische Energie. Ach komm, der Typ hat einfach nur einen gewaltigen Dachschaden. Neulich hat er die Vorhaut von so einem alten Zauberer gefressen. Du verarscht mich doch. Nein, Mann. Das Ding sah aus wie eine verschrumpelte kleine Rosine. Vielleicht sollten wir ihn so langsam mal ins Altersheim stecken. Guter Plan. Ich rufe da einfach mal an.